Ich habe gestern zu Ihnen gesagt, wenn du mal in der Fußballerkarriere beendet hast, dann machst du das, was ich mache. Dann bist du Stadionsprecher, du hast gar keine andere Chance. Ich weiß nicht, ob er genau so denkt. Hier bestimmt. Und sie ist eine unserer besten Fußballerinnen. Wir sind die Deutschen Meister 2015. Leonie Meyer und Thomas Müller. Der Weltmeister, der Weltmeister Thomas Müller, einer von uns. Untertitelung des ZDF, 2020